Ich finde auch, das Licht sieht richtig heftig aus. Willkommen im Buxtehude. Wir sind hier beim Onze heute. Da kriegt ihr ein neues Setup und gleich zeigen wir es Ihnen zum ersten Mal, wie es fertig aufgebaut ist. Aber zuerst nehmen wir euch mit hinter die Kulissen. Bis zum nächsten Mal. Wir haben eine RTX 4090 reingebaut mit 24 Gig, diesmal sind wir voll auf Stabilität gegangen und unter anderem haben wir geschaut, welche Mainboard-Ram-Kombinationen am besten funktionieren. Da haben wir gemerkt, dass du den absoluten Speed-Spot hast, so von der Stabilität her und der Geschwindigkeit her, wenn du nur zwei RAM-Riegel benutzt. Deswegen haben wir hier ein Asus-Mainboard zusammen mit den Corsair-Ram-Riegeln. Zweimal 48 Gigabyte macht zusammen 96 Gigabyte. So einiges, ja. Und das läuft absolut stable. Außerdem sind es die neuen IQ-Lüfter, die man ineinander steckt. Die man ineinander steckt, genau. Die haben Daisy-Chaining, das heißt, es wird nur ein Lüfter angesteckt von einer 3er-Batterie. Und die anderen zwei, die über Daisy-Chain, geben die dann die Daten und den Strom weiter. Dadurch hat man weniger Kabelfahrer, also das Setup sieht noch cleaner aus. Ich finde auch, das Licht sieht richtig heftig aus, also heftiger als beim Vorgängermodell. Ja, die LEDs haben sie auch nochmal, upgrade. Der Look-A-Family ist sehr gut, ist deutlich cleaner, dadurch, dass auch nicht das Get-On-A-Level-Logo diesmal in der Scheibe ist. Das war ja das letzte Mal. Ja. Hat man einen besseren Blick in den PC selber rein. Und natürlich auch das Highlight von dem Ding ist, dass da drin der PS5 verbaut ist, ne? Absolut, die will ich dir gleich zeigen, die ist nämlich auf der Rückseite verbaut. Ja, zweimal, ja. Brauchen wir nur noch ein paar gute Spiele auf der PS5, Digga. Ich hoffe, die kommen. Boah, das sieht schon krass aus, Digga, ne? Hier ist unser Custom-Water-Block, den haben wir eigens konstruieren und fertigen lassen. Sowas gab's davor nicht, also du konntest hier nicht eine wassergekühlte PS5 einbauen und wir haben das extra entwickeln lassen. Sieht schon krass aus, das Gerät, Digga. Ich muss sagen, damals, ich hatte ja vorher in dem alten PC eine PS4 drinne und die war schon deutlich schneller, ne? Wenn ich mir überlegt, wenn wir Fortnite gezockt haben, alle Kollegen waren immer noch im Loading-Screen und ich hab schon irgendwie mich warm geschossen, weil halt mit der Wasserkühlung ist es dann nochmal viel schneller, Digga. Ja, und vor allem die SSD, wo wir das letzte Mal schon upgrade haben. Richtig, genau. Das haben wir jetzt auch wieder gemacht. Wir haben dir noch zusätzlich eine SSD bei der PlayStation eingebaut, dass du noch mehr Speicher hast und die schnellsten Ladezeiten. Und dann haben wir natürlich noch die Custom Distro Plate mit der Get On My Level Edition, die es exklusiv bei uns gibt. Oh, das ist ein geiles Detail. Kann man ja auch farblich verändern, richtig? Die Farbe ist davon abhängig, mit welcher Kühlflüssigkeit man den PC befüllt. Wir haben jetzt bei dir schwarze Flüssigkeit drin, deswegen ist der Kontrast so stark. Ich finde, das sieht richtig geil aus, Digga. Da ist so viel Liebe zum Detail, ne? Mag ich gerne. Mochte ich beim alten PC auch schon sehr, sehr gerne. Und da ist ja wirklich viel, viel Zeit ins Development geflossen und das perfekt so herstellen und fräsen zu lassen. Und es macht jedes Mal Spaß, das Ding zu befüllen. Wenn du dir das Video anschaust von uns, was wir dazu gedreht haben, siehst du auch, wie er befüllt wird. Das sieht so affengeil aus. Und im Moment, wenn das vollläuft, das Logo. Beim Anfang musst du dir vorstellen, kannst du ja komplett durchsehen. Und dann erst mal in die Flüssigkeit reinkommt, ergibt sich das und das sieht richtig geil aus. So ein bisschen ASMR des Computers sozusagen. Ja, ja, voll. Um es noch stabiler zu kriegen, haben wir auch noch Gimmicks eingebaut, wie zum Beispiel die Bracket, die die GPU hält. Das heißt, die kann jetzt nicht mehr wackeln. Wenn du ordentlich auf den Tisch haust... It was at this moment that you knew. Mach ich das? Scheiß doch, Digga. Ab und an es wird weniger, aber ab und an haut man nochmal auf den Tisch rauf, ja? Also Qualitätstest hat der hier auch bestanden. Da habe ich ordentlich auf umgekloppt. Wenn du auf der Playstation zockst, dann kannst du das Gameplay gleich capturen über die Elgato Capture Card, die drin ist. Mhm, cool, ja. Die wird dann da durchgeschliffen. Dadurch kannst du auch die Switch recorden. Du kannst auch die Playstation 3 recorden. Cool. Und alles ist in dem System integriert. Das ist nice, ja. Sieht richtig geil aus, das Ding, muss ich sagen. Ich mag die Farben. Die LEDs kommen deutlich geiler zur Geltung als bei dem Vorgänger-Lüftern, muss ich sagen. Das knallt nochmal fetter. Ja, auf jeden. Sieht cool aus, das Ding. Der Manu hat alles custom Wasser gekühlt und versuchte 90 Grad Winkel zu machen, was auch optisch cleaner ist. Also du siehst, es geht hinter und dann straight hoch und dann geht's hoch und straight nach rechts. Keine komischen Halbbiebungen, wie viele das machen, wenn sie Hardtubing machen. Weil es ist schwer, so einen perfekten 90 Grad Winkel hinzukriegen. Aber der Manu, der hat ordentlich Energie da reingesteckt, dass es wirklich, wirklich clean aussieht. Ich hol noch mal kurz die Tekken-Figur. Ich glaube, die würde dahinter eigentlich gar nicht mal so schlecht kommen. Da hat sie wenigstens Platz. Warte mal. Zumitlich verfällt. Würdest du mal so ein bisschen erhöhen. So, das würde dann gut kommen, oder? Ja, warte, ich hab doch einen Trick 17, Digga. War schon was im Kopf. Das ist nur, weil gut, rein theoretisch gesehen, genau richtig, ja. Weil die Figur dahinter würde, glaube ich, schon gut knallen, ne? So rüberguckend, wie die steht. Oder? Boah, das kommt doch richtig, das kommt doch richtig gefährlich. Noch mittig machen, bisschen rüberschieben. Boah, das kommt schon, das kommt schon gefährlich, die Optik mit ihm dahinter, ne? Musst du noch die Decken-Camp so einrichten, dass der voll... Ja, auf jeden Fall. Boah, hier, schöner Detail-Shop. Ein bisschen Schniedelwurz, sieht man. Aber das kommt gut. Gefällt mir. Ja, wir haben ja hier jetzt auch eine komplett neue Anordnung von den Monitoren. Vorher hatte ich ja vier übereinander. Und ich habe ja oben mein zweites Setup noch. Und ich muss aber sagen, dass ich mich mittlerweile an die Konstellation mit den Monitoren gewöhnt habe. Hier haben wir jetzt ja noch einen mehr als oben in meinem zweiten Setup. Aber ich habe das hier wirklich sexy aufgebaut. Sieht sehr gut aus. Du hast ja gesagt, du feierst das Setup oben und dann dachten wir, wir spiegeln dir das unten praktisch im gleichen Stil. Ja, aktuell stream ich fast nur von oben, aber es liegt auch einfach daran, Sommerzeit. Ich will auch ein bisschen mal aus dem Fenster gucken können. Das ist hier auch ein Setup, was ich immer lieben werde. Aber aktuell haben wir eine kleine Beziehungspauke. Mit der Klima wird es auch besser hier, oder? Ja, nächste Woche, übernächste Woche wird hier die Klima dann endlich auch verbaut. Das dauert noch ein bisschen. Und mit der Klimaanlage hier unten wird es auch noch mal ein bisschen besser. Man denkt das immer gar nicht. Die Leute denken immer, wie ist das, ist das nicht kalt bei dir unten? Und normalerweise ist es auch relativ kühl hier unten. Aber dadurch, dass man das ganze Equipment hier unten hat, das heizt sich halt schnell auf. Und ich habe halt, war dumm von mir damals, ich habe mir halt nur ein B- und N-Lüftungssystem reinbauen lassen. Und es bringt nichts, wenn draußen 25 Grad sind, die scheiß Luft rauszublasen und gute Luft reinzuholen, aber die auch 25 Grad hat. Frische Luft hast du hier immer, aber halt die Wärme. Komm cool, gefällt mir. Diese 4K-Monitore von Gigabyte, M28U, die können 4K 144 Hertz. Die haben auch HDMI 2.1, das heißt, dass sie auch für die Playstation perfekt sind. Weil es gibt ja viele gute Gaming-Monitore, aber die wenigsten supporten auch die Next-Strand-Konsolen komplett. Das ist gut, das stimmt, da hast du vollkommen recht. Das ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Gute Optik. Jetzt muss das Gameplay nur noch passen. Ja, geil. Freut mich. Sehr geile Arbeit. Wir hatten sehr viel Spaß dabei, Montas Gaming PC genau nach seinen Wünschen zu entwickeln und zu bauen. Und das nun schon zum insgesamt vierten Mal. Wenn auch ihr eine Get-On-My-Level-Edition eurer eigenen wollt, dann schaut im Mivcom-Online-Shop vorbei. Oder offline in unserem Showroom in Forst-Innen bei München. Danke Marcel für 8 Jahre Partnerschaft. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.